Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,9 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, wenn von Disney und dessen Meisterwerken die Rede ist, fallen oft die Namen Dschungelbuch, Bambi, Schneewittchen oder Ariel. Klassiker, jeder Trickfilmfreund kennt und lebt. Von Basil ist da kaum die Rede, obwohl sich dieser Film keineswegs hinter den großen Namen zu verstecken braucht. Dabei ist er sehr liebevoll, aufwendig und professionell gezeichnet und auch die Story ist sehr humor- und fantasievoll gelungen. Die den typischen Zutaten wie Spannung, Action, Humor, Emotionen und Gesangseinlagen halten sich in diesem Film perfekt die Waage. Basil ist, wie sein menschliches Vorbild Sherlock Holmes, sehr findig und schlau. Sein Gegenspieler Rattenzahn aber ist die fast noch interessantere Figur, die Mixtur aus Hinterlist, eiskalter Berechnung, Überheblichkeit und einem ausgeprägten Sinn für schwarzen Humor macht Rattenzahns Charakter so einzigartig und faszinierend. Aber mehr will ich hier nicht verraten. Ein besonderes Lob gebührt noch der überragenden Musik von Henry Mancini. Bild und Ton auf der DVD sind ohne jeden Makel und auch die kleinen, aber feinen Extras können sich durchaus sehen lassen. Uneingeschränkt empfehlenswert. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.